Haben wir? Haben wir? Engage? Haben wir? Oh mein Gott! Moinsen, ihr Lappenmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Flappen, Normal Game, ich spiel Cicuani, der Chefsach ist am Start, ich spiel im Jungle, tja, ist zu ruhig hier, ich brauche hier ein bisschen Stimmung, Stimmung ist Neil my Lord, wer von euch kennt eigentlich, wie heißt das Game noch, Stronghold, oh er hat TP genutzt, sehr interessant, das Bärchen, sweet, na wir machen heute ganz ganz chillig, also ich glaube wir haben selten so chillig gespielt wie heute, weil einfach heute ist Sonntag, also bei mir zumindest, euch ist wahrscheinlich eher so Fick-Tag oder so, Fick-Tag ist immer ein schöner Tag, den mag ich einfach, also ich mag Fick-Tage, los den kriegen wir, sehr schön, ich glaube der Flash war unnötig, aber das ist ja, das ist einfach der Flash, komm, das war jetzt einfach lustig, Gejückt habe ich ihn, Gejückt, komm her, komm her, Fick you, okay, komm her, ist mir egal, ist mir sowas von egal, das juckt mich nicht Scheiße, wieso habe ich keine Hut, oh Mensch, ist der Tower immer noch da, oh was, oh was, Alter Alter, lol, lol, ja, what the fuck, what the fuck, is wrong with this world, okay, ich muss hier weg, sorry, ich muss hier flashen, was ist los mit dem Game hier auf einmal, Hä, check das nicht ganz, lol, lol, oh Mensch, what is'n dat, ich fühle mich verarscht, förmlich verarscht, förmlich verarscht, die sitzen alle da, los, drauf da, engage, engage, fucking loops, scheiße, gekriegt hab ich sie gekriegt, oh man, that's mad life, irgendwie verarscht, ya, schmeiße, gekriegt hab ich sie ja jetzt in Jesus, aber ich kann man was und das war mit tower das macht die lissandra da muss hier weg okay sorry tut mir leid hätte ich doch meine ulti werden die tuch und gedanklich zumindest er wäre so eiskalt von morgana getroffen worden er wäre so eiskalt getroffen worden los werpte alter der ist der carry ok nicht schlecht lauf weg habe ich jammern die sich gehört was du ja schon zu spät leider tut mir leid haben wir engage tank die scheiße für dich scheiße ach kommen los das war das und das ist lol also jetzt einfach mal 513 ad 513 wie viel hat die denn gesteckt oh mein gott die hat ja richtig ihr ihr blut zuerst gesteckt haben wir haben wir engage haben wir oh mein gott das ist wirklich so ich hatte nicht mehr smite oh mein gott oh mein gott smite war nicht mal ab alter den letzten muss ich mal so tanken also ich brauche ewig dafür schade ich hätte ich verengaged ad spots alter der schafft es ja immer wieder raus nicht schlecht so dritter dritter in heb und ich glaube das ist dann wirklich mal zu g also kommen wir dass ich gg ist eisen baby eisen motherfucking g oi die vision ich will nicht sterben na gut so leute das war eine hammerharte runde ich bin schweiß gebadet gehe jetzt erstmal duschen naja ich habe gerade erst geduscht lasst im ganzen was positives wenn euch diese folge gefallen hat auch ich weiß nicht ich habe irgendwie vor sie sehr sehr kurz zu schneiden mal gucken wie das ganze ankommt und wie das ganze aussieht und somit bleibt mir auch noch zu sagen lieg auf lappen mit mir dem chefsdach und sejuani und dem bärchen ist immer noch selbst bis zum nächsten mal tschüss